Aber du hättest jetzt gar keinen Bock, uns nackt zu sehen. Ja, genau. Ich bin beschnitten. Ja, du siehst bestimmt auch fantastisch aus. Aber ich will dich halt also nicht... Also weißt du, was ich meine? Vergesst du einfach mal random auf Whatsapp so ein Bild? Ja, das hat ja auch der scheiß Mark Eggers gemacht, so. Zum Beispiel. Der macht so, das ist so sein Gag immer. Irgendwie, dass er random auf einmal nackt ist oder einen nackten Handstand macht. Wir reden gerade so über Wadenmuskel. Und jeder zeigt seine Waden. Und dann sagt er, ey, guck mal meine Wade an. Zieht sich die Hose aber nicht nur bis zum Knie hoch, sondern bis zur Hüfte. Und man sieht seinen kompletten Schwanz, weißt du? Und alle gucken halt hin, weil man denkt, man sieht eine Wade. Aber dann zeigt er seinen Schwanz. Wie war das? Ja, es ist ein guter Gag. Ich lach dann auch. Aber jetzt weiß ich halt, wie er nackt aussieht, weißt du? Aber was sagst du dann so? Oh, ich sag dann, oh man, unnötig. Ist aber nicht deine Wade. Ja, genau. Aber noch mehr. Ja, also er hat auch seine Wade gezeigt. Aber halt noch viel mehr. Ja. 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 Ja.